Ich heiße Johannes, ich bin 53 Jahre alt und für Beruf bin ich niedergelassener Internist mit Schwerpunkt chinesische Medizin. Ich habe mit Flex angefangen. Vor dem Oktober hatten wir jetzt unser Dreijähriges. Drei Jahre. Also es ist mein drittes Team-Event heute. Das war mitten in der Pandemie. Ich war vorher im Fitnessstudio und dann war ja alles zu. Und dann habe ich mir eine Klimmzugstange besorgt im Internet bei Pull Up & Dip und da hat mich der Felix so angelächelt, glaube ich, von der Seite oder ich kam da irgendwie drauf und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt damit anfange, dann mache ich es richtig und habe mit ihm telefoniert und das erste Gespräch war schon so einfach super, wir haben uns super verstanden und dann mit dem Training zusammen angefangen und jetzt sind es dann drei Jahre. Ich glaube, ich habe fünf Klimmzüge geschafft oder so, weil ich ja vorher schon im Fitnessstudio war und Dips habe ich glaube ich vorher, ich weiß ich nicht, ich habe ein, zwei gemacht, aber also Bodyweight und da haben wir angefangen eigentlich. Wir haben ja dann erst die Grundübungen, L-Sit und Push-Ups, ein paar Klimmzüge und so hat sich das dann entwickelt. Also wo ich jetzt super glücklich bin, was die Ziele angeht, was die Skills angeht, ist der Backlever, der sieht gut aus, was ich heute gehört habe wieder. Dann arbeite ich gerade am Frontlever, da bin ich gerade so im ersten Drittel, also Advanced Takt 45 Grad, Band Assisted und jetzt Muscle Up arbeite ich gerade an der Form. Da hatte ich heute nochmal ein Training mit Lukas und das hat mich auch nochmal richtig vorangebracht heute. Also ich komme hoch, ohne Band, kein Thema, aber es soll ja auch schön ausschauen, deswegen mache ich das ja alles. Also ich liebe dieses Coaching, deswegen mache ich es auch so lange, weil es für mich so ist, ich gehe zum Training, mache meinen Trainingsplan auf und arbeite das ab. Dass ich mich um nichts kümmern muss, das macht alles Felix für mich, er schreibt mir rein oder wir machen Video-Coaching, was ist gut gelaufen, was geht gar nicht gerade im Moment, macht das anders. Und dass ich dann einfach mich um nichts kümmern muss und einfach von der Arbeit zum Training gehe und dann mache ich meinen Plan auf und dann mache ich das. Und das ist für mich einfach so entspannend und ja, das ist eigentlich für mich das Optimale. Ja, immer. Ich habe heute auch einen Gast mitgebracht. Ja, hat schon einen Grund, warum ich so lange dabei bin. Also ich finde es einfach super. Ja, das Team ist toll. Sie haben immer wieder neue Ideen, wenn man merkt, da geht es jetzt nicht weiter und dann machst du es doch mal so individuell anpassen. Ja, geh mal mit der Schulter da hin oder so. Und dann klappt es dann doch. Und das ist sehr befriedigend, ja. Ja, sự Arten funktioniert. FÜT Wear Sprech 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 Sprech